Ich bin laut! Echt? Deo? Ja, Deo! Gut, Deo! Du hast bei mir nicht Deo gesagt! Ich hab Deo gesagt! Nein, das war genau in dem Moment Ver- Awww Das ist ausgesetzt bei dir! Okay. Es ist egal! Ja, also... Hallo. Oh nein, unangenehm. Es hakt mega, ist ja gut. Wir müssen bauen, Niede. Wir haben was zu tun. Ja, wir müssen bauen. Oh. Ist uns was da gefallen? Ja, ich weiß nicht. Ich kann keine gerade Strecke lang gehen. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. So, wir müssen wieder Bäume zusammenbauen und wir wollen auch mal irgendwann unser zweites Haus da, was ein bisschen... Eigentlich müssten wir das mal als Mission heute machen. Ja, eigentlich müssen wir das echt mal machen, weil es nervt einfach mega. Ja, weil dann werden uns immer mehr Baumstämme angezeigt, als wir eigentlich für dieses aktuelle Bauprojekt brauchen, weil doch irgendwo in dieser Pampa, auf unserer Welt ein Haus mit 70 Baumstämmen noch gebaut werden muss. Ja. Ne, ein Zaun. Das war ja der Zaun, den ich gesetzt habe. Stimmt, dieser Zaun. Hallo, ich wollte uns sicher machen. Ich wollte uns sicher machen hier. Oh, das war ein zu kleiner Baum. Verdammt. Brain auch. War an! War an! Ah Leute, wir haben jetzt übrigens auch Twitter, ne? Also... Ah ja, wir sind halb aus der Steinzeit raus. Ja, wir haben nur Twitter. Aber du sagst Lisa. Lisa ist da fortschrittlicher. Oh, ich habe jetzt Social Media Management. Oh! Ja! Ja, die unsere Social Media Management beauftragte von unserer großen Firma. Ich würde sagen, ja. Also wir werden auch bei den Süßigkeiten herstellen und dann werden wir auch die die normale Wasserherstellung Wasserherstellung ist labisch, wie eine Scheiße. Ich weiß nicht. Wie Nestle halt. Ich wollte wie Nestle. Wir werden wie Nestle. Das ist unser Plan. Das ist ja ein toller Plan. Super Schurken zu einer Planaren. Planaren. Wie heißt noch mal der Bösewicht bei Kim Possible? Es gibt Shigo. Das war die Coole mit... Ja, Shigo war voll gut, alter. Ja, das war voll mein Lieblingscharacter. Shigo war richtig cool. Aber wie hieß denn der? Ja, dessen Name ich vergessen habe. Der hat halt dieser blau angepinselt. Ja. Wie hieß denn der? Lisa ist es... Oh, oh, oh. Achso, das war ein Bäume knatschen. Hä? Was? Bäume knatschen. Ja. Das ist kein gutes Zeichen, gerade bei Horrorfilmen. Ja. Oh, ich bin dumm. Das wissen wir. Oh, nee. Doch nicht. Hä? Das ist ein bisschen dumm. Weil wir haben gesagt, dass wir erst hinten bauen, aber ich habe vergessen. Hä? Was ist denn hier gerade passiert? Okay, das ist ganz komisch. Ich stand hier und wollte gerade... Da waren so zwei Bäume. Und dann habe ich mich dahin gestiegen. Achso! Stand sind beide, waren zwei Bäume. Ja. Aber so, dann drehe ich mich zu ein Stück zur Seite und plötzlich sind beide Bäume einfach weg. Okay. Okay. Jetzt sind sie einfach... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir hinterher nochmal angucken, was das jetzt war. Einfach Lisa im verzauberten Wald. Ich nenne jetzt jede Folge irgendwas mit Lisa. Hier passiert immer irgendwas in irgendeiner Folge. Lisa im verzauberten Wald. Wo sind die Bäume hin? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das warst du, oder? Ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Okay. Oh, war mir Hallöchen. Immer schön. Oh. Bäume fällen. Ja, Greenpeace ist da. Ja, mhm. Greenpeace. Weh. Weh. La, la, la. Oh, ein schönes Feldenstar. Oh, das ist voll hübsch. Aussicht. Wir können auch mehrere Etagen bauen, oder? Ja, ich denke schon. Dann lass doch gleich dann auch die nächste Etage bauen. Ja, vielleicht sollten wir zwischendrin noch ein bisschen was erleben. Ja, das dann auch. 50 folgende Bäume fällen. Nein, man lebt nur, um zu arbeiten. Das wissen wir doch alle. Ja, also, hm. Bei Forrest schon irgendwo. Aber einfach. Ja, wir haben ein bisschen, aber ja, das ist gefurte Art. Na, also Japan, geil, geil, geil. Boah, ich hab so eine Pizza neben mir stehen, wenn ich Pizza gemacht habe. Und mich momentan streng davor drücke irgendwie. Pizza gemacht? Ja. Oder Pizza gekauft. Pizza gemacht. Nein, nicht hier. Nein, Maschine. Wieso? Baby Bärbel und, äh, okay, irgendwas mit, wie haben wir den Kahl? Knödel, Knödelkahl. Knödelkahl! Baby Bärbel. Sind sie da? Nur immer mit dem Matsch am Fuß. Dein Matsch am Fuß sieht voll wie eigentlich aus. Ich hab nichts gegen meinen Matschelfuß. Oh, ich hab ne Idee, was kann ich doch. Denk meinen Matschelfuß. Matscha, Grüte oder Seetang? Das ist hier die Frage. Seetang? Oh je, oh je. Seetang bin ich jetzt kritisch gegenübergestellt. Auf jeden Fall. Wir hatten japanische Süßigkeiten bestellt, so ne, so ne Überraschungsbox, weil wir dachten, es war auch lustig. Aber, ähm, naja, ich sag mal so, das grüne KitKat war jetzt nicht Matscha, sondern, äh, Seetang als Geschmack. Und Seetang und Schokolade gehören für mich nie zusammen. Das war sehr fischig. Interessant. Das war sehr interessant. Was ist dein Plan hier? Was ist dein Plan? Ich dachte eigentlich, dass man die besser sehen könnte und dann abschießen könnte. Ja, dann, hm. Ne. Das hat nicht gut funktioniert, also wieder runter. Ja. Ja, ich hab wieder vergessen, wenn jemand schnell runtergegangen ist. Ja, hab ich auch wieder vergessen. Sind sie weg? Ich hab die komplette Steuerung mal wieder verlernt. Passion on everyday. Everyday is another day. Oh mein Gott. Warum plötzlich das liegt, woher war das denn? Das war doch YouTube Deutschland 2000. Aber ich kenn's nur von der Verarsche von Julian Bam. Ja. Also das ist, weil das Appared war. Das war doch ein Lied von Appared, oder nicht? Ja, ich meine schon. Mit dem Fahrrad. Ja, genau. Das fand ich auch voll cool. Das fand ich lustig. Also eigentlich ist es trotzdem auch ein Ohrwurm. Everyday is another day. Ja, auf jeden Fall. Wow, Baby, 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 Baby. Ja, ich merk schon. Achso, das ist ein Eichhörchen. Ah! Oh, das wollen wir voll in dein Gesicht springen. Baby. Iiii, dieses Geräusch. Ich muss kurz, was hab ich denn nochmal für... Aber wo ist es? Woher hab ich meine Shortkeys? Ich weiß nicht, wann wie ich meine Shortkeys kenne. Ja, aber ich auch nicht. Wo ist es denn? Dahinten? Ja, sperrroll. heute Abend. Ah, da hinten. Wobbelst rum. Iiii. Warte, warte, warte. Iiii, du kleine... Iiii. Entschuldigung. Ich hab das Baby jetzt gesiegt. Oh! Ich hab ich dir das... Okay, woher kam das denn? Ins Wasser. Plumps ins Wasser. Ja, gut. Jetzt haben wir kein... Ja, das war's mit dem Baby. Babys ertrunken. Alter. Damit wir ihn ertrunken können. Oh Gott. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist ein Vogel. Alter. Hä? Das ist ja nicht gut hier, Jesus. Da kommt dann plötzlich so ein Baby angeflogen, Alter. Was soll man denn da machen? Ja, einfach so vor allem in den Gebüsch, in diesem Gebüschwirr wahrhaben. Man sieht das. Oh, da ist ein Baby. Okay. Ich hab Angst. So, das ist doch schön. Ich hab Angst. Ach, ich find unser Häuschen richtig toll. Sicher, ich hab Angst. Ja. Aber wo sind sie? Ach, da sind sie. Die sind ja direkt vor der Haustür. Hm. Aber die Babybärbe hat ne komische Farbe irgendwie. Hä? Die ist so grau. Die ist doch nicht immer grau. Stimmt. Oh, das ist ne stärkere. Ne Specialbärbe. Oh. Ich glaub, sie haben unsere Witterung aufgenommen. Hallo, komm. Wir müssen sie eigentlich abschlachten. Kann ich einfach mal ein Pfeil reinschließen? Ja, kannst du machen. Aber dann kommt Knödelkahl und ist so BAM, jetzt bist du fast. Eigentlich ist der voll süß. Der ist so süß wie ein Süßbaby eigentlich. Der ist so eingeknautscht. Der ist so. Ja, so ein Knautschkopf. Erstmal Bären essen. Boah, das ist Asme eher in meinem Ohr. Ja, gehen wir in die andere Richtung, Bäume fällen. Was, noch ein Baby? Nein. Boah, die, also die Baby-Bärbel, die scheißt ja aber auch, laufen dann Babys aus irgendwie. Ja, das ist, finde ich auch nicht, also... Das ist alles hier mit Babys versorgt, Mann, Mann, Mann. Also, nichts gegen Mütter, ne, aber das Baby die ganze Zeit durch die Gegend scheißen, ist nicht cool. Immer diese Mütter! Oh, sehr erhört. Aber ich seh das andere Baby nicht. Oh Mann, es ist wieder dunkel. Oh mein Gott. Ja, schlafen. Können wir schon schlafen? Wir können safe noch nicht schlafen. Weil man in Forrest ja einen Schlafrhythmus hat. Oh, hä? Kennt man ja, weil man ja immer unbedingt auf alles achten muss, damit man seinen Schlafrhythmus einhält. Ist ja auch im echten Leben so, ne? Ja. Okay. Never mind. Hä? Okay, ich kommentier das nicht. Weh, 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 weh. Schnitze, schnitze, schnitze! Du bist mit Bambi, heute nicht! Ist was? Ich weiß gar nicht, was du hast. Guck mal! Ne, ich geh weg. Du bist mir zu, suspekt. Aber ich hab dir so ein schönes Geschenk mitgebracht. Ekelhaft, du bist ekelhaft. Ich leg's dir hier hin. So. Ne. Guck mal, es guckt sogar in Sternenhimmel. Ist das nicht schön? Hier kann man sich direkt zulegen und in die Wolken gucken. Beobachte dich. Hallo! Kannst du mal, kannst du mal eine Packung mitbringen? Oh, das war knapp. Das war's. Weh, weh, weh. Weh, weh. 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 Warte, wie springt man nochmal? Achso. Siehst du, wenn ich springe? Ja. Sehr süß aus. Ja. 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 Ich kann nicht hin und rechts und links springen, weil ich sonst runterfalle. Oh, achso, man hat Fallschaden. Oder man hat keinen Fallschaden. Ja, man hat keinen Fallschaden. Also ich hab jetzt keinen Abzug bekommen. Oh mein Gott, das heißt jetzt wahrscheinlich mega lange hier, bis es wieder Tag wird. Casual. Da geht's so auf jemanden zu und dann so. Hallo. Hallo. So dicht an dich, so Kopf vor Kopf. Warte, nein. Hallo. 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 Wo gucken sie denn drauf? Oh nein. Oh Gott. Hä? Hallo. Dann nehmen die wieder eine ganze Anleitung. Hallo. Wir können auch nicht schlafen gehen toll. Ja. Ja. Weil wir, äh. Ja, das ist dann ganz schwer. Dann wollen wir was machen. Ja, das sind wir, oder wir können auch einfach warten. Fußball spielen. Fußball. Fußball. So in Hallen auch so. Einfach versuchen. Ja, geh mal baden. Nee. Ich schieß jetzt ein Tor. Doch geh baden. Du hast da ein Matschklumpenbein. Lass mein Matschklumpenbein in Ruhe. Mäh, pfff, boom. Und hier. Er kann durch Wände gehen. Hallo. Oh nein, er ist, er ist despawned. Er kann durch Wände gehen. Der Bambi-Kopf ist despawned. Tja. Ähm, weil wir eine kurze Pause machen und das dann zusammensteigen. Achso. Wir haben bestimmt sowieso schon genug. Ich hab, die Faustfolgen gehen immer zu lange, weil wir zu dumm sind, weil wir es nicht checken. Echt? Aber wir haben doch nur drei Bäume aufeinander gebaut. Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber du bist schlecht im Zeitabschätzen. Es wurden drei Bäume aufeinander gebaut. Ja, aber ich würde auf jeden Fall warten, bis wir dann hier schlafen können und dann einfach weitermachen. Entweder schneiden wir es zusammen oder es ist halt Ende der Folge. Alles klar, tschüss oder bis gleich. Je nachdem. Tschüss.